Wir sind am Schluss der Tarifrunde. Wir haben heute die vierte Verhandlung beendet. Wir haben die Tarifkommission beendet. Wir haben ein Ergebnis von 6,5 Prozent für 18 Monate. Wir haben für Juni und Juli zusammen 500 Euro Einmalzahlen. Das ist eine starke soziale Komponente für die unteren Entgeltgruppen. Und wenn man das zusammenfasst, haben wir ein historisches Ergebnis erzielt. Das war natürlich eine hochspannende Runde, denn die Forderung 8,2 Prozent auf zwölf Monate war natürlich eine absolut herausfordernde Aufgabe für uns. Und ich glaube persönlich, dass da auch der ein oder andere im Betrieb nicht wirklich daran geglaubt hat, dass wir 6,5 Prozent im Ergebnis hinbekommen. Es war eine lange Nacht. Also ich habe heute Morgen viele zerknitterte Gesichter geschaut. Meine Bewertung war und ist, dass wir ja die Erwartungen der Kollegen doch getroffen haben mit diesem Ergebnis. So, wir haben etwas erreicht, wo die Kollegen deutlich etwas in die Tasche bekommen. Ja, wir hatten natürlich ein bisschen ein kleines Problem, was die Laufzeit am Ende, finde ich, drei Monate kürzer wäre super gewesen. Aber auch so ist das ein Ergebnis, was ich gut vertreten kann. Das ist das beste Ergebnis seit 30 Jahren. Die höchste Prozentzahl seit 30 Jahren. Und ich glaube, mit diesem Ergebnis haben wir einen Riesenschritt getan, wirklich einen Riesenschritt für eine bessere Zukunft. Ich aus der Jugend kann für mich sprechen, dass ich super, super stolz darauf bin, solche starken Leute im Rücken zu haben. Wir haben in dieser Tarifrunde über 32.000 Kolleginnen und Kollegen in die Warnstreiks gebracht. Auch das ist historisch viel. Das waren schon mehr als wirtschaftliche Nadelstiche, die wir da gemacht haben. Und diese Stärke bei den Warnstreiks hat dazu geführt, dass wir als Warnkommission zu einem solchen Ergebnis kommen konnten. Dieser Kampf, diese Auseinandersetzung auch mit den Arbeitgebern hat sich gelohnt. Das Ergebnis ist toll. Es ist eben nochmal wirklich in der Tarifkommission gewürdigt worden von allen. Ich habe aus den Betrieben heraus nur positive Nachrichten bekommen. Von daher gesehen, ich bin heute sehr stolz, ein Mitglied dieser IG Metall zu sein. Wir im Stahl haben ganz klar gezeigt, wo der Hammer hängt und das Ergebnis hier kann sich sehen lassen und absolut top geil.